moin liebe freunde des cnc fräsens in dem zweiten teil zur kamera möchte ich euch jetzt den aktuellen stand meiner kamera app zeigen die app ist immer noch nicht komplett fertig aber es hat sich doch schon einiges getan gegenüber dem ersten teil für die leute den ersten teil nicht gesehen haben da ging es darum wie ich mit ki mir eine app erzeugen lassen kann und da haben wir vor allem mit der ki co pilot gearbeitet im nachgang habe ich auch noch die ki perplexity verwendet nach einer kurzen vorstellung der aktuellen app version zeige ich euch dann noch mal die beiden kamera module die ich getestet habe um die verschiedenen objektive die ich ebenfalls auch getestet habe die kamera befindet sich immer noch bei mir auf dem schreibtisch also ich bin immer noch nicht an der maschine das bild was ihr seht das ist jetzt mit einer 4k kamera und einem 8 megapixel objektiv 25 mm aufgenommen die bedienung der kamera app habe ich jetzt hier auf die rechte seite gelegt und die gehe ich gerade mal mit euch durch also man kann zwischen farb und einem grau bild wählen es ist möglich den durchmesser hier über diese schiebe regler ein zu zoom oder auszuzoomen es kann ganz hilfreich sein wenn man den mittelpunkt von der bohrung finden will die skalierung kann hier verändert werden ich habe drei verschiedene zum faktoren also immer zum beispiel mal eine vielleicht größere bohrungen sich anschauen will dann kann man hier auf den halben zum faktor gehen oder das wäre jetzt der normale zum faktor oder wenn es vielleicht mal ganz genau werden soll kommen dann hier jetzt noch ein digitaler zum rein faktor 2 dann wird die bohrung halt eben noch mal größer dargestellt man kann das koordinatensystem moment drehen vielleicht einfach mal ein wert ein kann es wieder zurücksetzen und was bis hier ist das funktioniert im prinzip mit jeder steuerung was jetzt ab hier kommt das werde ich dann auf meine ipm einstellen im moment sind die buttons nur so programmiert dass eine aktion ausgeführt wird in dem moment wenn ich draufklicke wird jetzt nur ein text ausgegeben und an der stelle wo das steht im programm muss ich hinterher einfach ein bisschen programmcode eingeben von meiner steuerung das kann ich euch mal kurz zeigen wie das ungefähr aussieht also hier seht ihr mal so ein auszug die programmierer haben ein objekt erzeugt da seht ihr dieses d oder besser gesagt eine objektreferenz und da gibt es dann funktionalität die man verwenden kann um irgendwelche werte zu setzen also ich kann zum beispiel einen wert auf 0 setzen oder ja auf einen bestimmten anderen wert da muss natürlich dann jeder in seiner eigenen beschreibung gucken wie das bei seiner steuerung geht ich mache es halt eben für die sysmo ipm von cs lab über die radio buttons lässt sich das koordinatensystem auswählen und dann wenn ich jetzt hier auf diese buttons drauf klicke dann würde halt eben eine koordinate auf null gesetzt im moment wird nur eine ausgabe gemacht wenn jetzt mal hier unten hinschaut dann wer da sehen da gibt es jetzt nur die ausgabe dass x in dem koordinatensystem g 54 auf null gesetzt würde wenn ich halt eben anderes koordinatensystem auswähle hier zum beispiel x und y auf null setzte dann seht ihr gibt sie und diese ausgabe und da wo ich diesen text programmiert habt da muss ich nur nachher ein zwei zeilen programmcode von meiner steuerung von meiner schnittstelle also meiner beiden schnittstelle von der ipm eingeben das ist aber kein hexenwerk der untere panel der ist dafür gedacht dass man zum beispiel ein teil auf dem vakuum tisch legt und es auszurichten und dann nehme ich mir ein paar koordinaten also über das über die optik zum beispiel ein punkt der vielleicht bei bei null punkt sein sollte dann vielleicht einer der bei 100 liegt und wenn ich dann sehe die kante liegt da jetzt nicht über y bei null sondern vielleicht bei 10 und dann würde ich mir auf der zweiten kann da auf der y-achse noch einen punkt nehmen was weiß ich minus fünf und in y vielleicht 60 also diese punkte würde ich mir über die buttons holen und nicht eingeben das ist jetzt nur mal zum beispiel und dann kann ich hier mein koordinatensystem rotieren lassen und mir den null punkt berechnen lassen also aus diesen drei punkten würden zwei graden gebildet die beiden graden ergeben schnittpunkt der schnittpunkt wäre dann mein null punkt und um diesen null punkt der wir jetzt hier bei 0,99 0,10 würde ich jetzt um 5,7 grad drehen das sind einfach die wert ist jetzt hier aus diesen werten ergeben würden und dann wird auch mein koordinatensystem gedreht ich hatte auch schon daran gedacht dass ich kantenerkennung mit einbauen das habe ich auch kurz getestet das funktioniert auch einigermaßen kann ich euch auch mal gleich zeigen habe ich dann aber weggelassen weil ich glaube ich bin da schneller mit der hand bis zu dem mittelpunkt von der bohrung gefahren und habt ihr im auge besser ausgerichtet ihr werdet gleich sehen wenn man das mit kantenerkennung macht das springt so ein bisschen das zeige ich euch jetzt so ihr seht jetzt dass hier zwei bohrungen erkannt wurden ich habe das schon so eingestellt dass der nur bohrungen im gewissen durchmesser bereich erkennst uns würde er zum beispiel vielleicht hier auch noch was rundes erkennen oder er würde vielleicht bei dem gehen auch was rundes erkennen also auch da muss man schon ein bisschen einstellen dass er die richtigen durchmesser findet und die idee war eigentlich so dass er mir jetzt den kreis findet den mittelpunkt einzeichnet wenn ich drauf klicke auf diesen kreis hier irgendwo dann müsste man hier unten hingucken dann kommen die koordinaten also die mittelpunkt koordinaten ich kann so rüber schieben und wenn ich jetzt noch zweites mal klicken dann sieht man schon die wird nicht so ganz genau passen fast auf jeden fall und die erste idee war jetzt wenn ich diese mittelpunkt pixel kenne dann kann die maschine im prinzip schon mal grob hierhin fahren und die letzten paar pixel kündig dann mit dem handrad noch machen aber das habe ich jetzt erst mal verworfen vielleicht ist das noch ein projekt für später ich kann euch das kleine skript auch mal mit unten rein legen falls es jemand interessiert man sieht das teilweise außer den kreisen auch ihr kantenerkennung mit drin ist also wer lust hat kann sich auch das skript mal anschauen so das war es eigentlich jetzt schon so der app also das nächste was ich machen werde ich werde es an meine steuerung anpassen das werde ich dann im nächsten video noch zeigen und jetzt zeige ich euch noch mal welche kamera module ich verwendet habe verwendet habe und welche objektive ich getestet habe hier seht ihr das 4k kameramodul mit der auflösung 3840 x 2160 und dem sensor im x415 der moment angeschlossen ich habe ein kleines testprogramm laufen lassen und bei open sevi kommt auch diese auflösung an mit 25 bildern pro sekunde hier seht ihr das kameramodul was ich als fünf megapixel kamera gekauft habe wenn ich jetzt aber die software laufen lassen dann seht ihr da kommen keine fünf megapixel an da kommen nur drei megapixel an ob ich jetzt das falsche modul geliefert bekommen habe oder ob es dann im open sevi liegt dass das mit diesem modul nicht richtig zusammenarbeitet weiß ich jetzt nicht wenn die fünf megapixel ankommen würde dann wäre es auf jeden fall auch vollkommen ausreichend hier oben habe ich euch nochmal die auflösung hingeschrieben also bei fünf megapixel würde man 2592 x 1944 pixel erwarten es kommen nur diese drei megapixel an die sieht man jetzt hier unten zwar mit 30 bildern pro sekunde aber das ist jetzt eigentlich nicht so entscheidend ob da 30 bilder oder 25 bilder kommen das kann bei der cnc maschine ruhig ein bisschen weniger sein das 4k modul hat bei mir einen leichten farbstich und dieses modul ist vom bild eigentlich besser also es hat keinen farbstich aber halt eben den kleineren sensor verbaut und auch eine kleinere auflösung wenn wir jetzt nur holz fest dann reicht das auch vollkommen aus wenn sie ein bisschen genauer sein soll dann sollten schon eine kamera sein die wirklich auf fünf megapixel oder vielleicht sogar 4k liefert bei den objektiven würde ich euch auf jeden fall zum 25 mm objektiv für diese fünf megapixel kamera raten der preis ist schon ganz hoch gegangen ich habe das für einen euro gekauft keine ahnung warum das aktuell so teuer ist das ist eigentlich genauso gut ich konnte da kaum unterschied erkennen zu dem 25 mm objektiv für die 8 megapixel das wäre also dieses objektiv das fühlt sich wertiger an das ist schwerer aber vom bildergebnis habe ich da jetzt eigentlich keinen großen unterschied gesehen zwischen dem objektiv und den 5 megapixel objektiv also egal ob ich das auf dieses 5 megapixel kameramodul aufgeschraubt habe oder auf das 4k kameramodul als drittes und letztes objektiv hatte ich noch ein 8 megapixel objektiv mit 35 mm brennweide gehabt da hatte ich mir gedacht dass das vielleicht von der vergrößerung noch mal ein bisschen besser ist aber man bekommt da nicht mehr pixel pro millimeter das einzige was man hat man hat einen größeren abstand zum scharfen objekt also je nachdem wie tief ihr auch die objektive in die kamera einschaut kann man das so ein bisschen verändern so also bei den 25 mm objektiven hat man so ein abstand ungefähr von 12 bis keine ahnung 20 cm ungefähr so groß muss der abstand sein von der objektiv spitze bis zu dem objekt was man scharf aufnehmen will also wie gesagt hier würde ich das einfache 25 mm objektiv nehmen und das reicht vollkommen aus die objektive und die kameramodule die verlinke ich euch unten in der video beschreibung und ich lege auch das kamerafenster für die 4k version weil sie am anfang vom video gezeigt habe auch schon mal unten rein vielleicht will der ein oder andere jahr sich das schon anschauen und dann lege ich noch das kurze skript dazu zu der kantenerkennung so ihr lieben das war es schon wieder für heute ich hoffe es war einigermaßen interessant für euch bedanke mich für die aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten mal euer anton